Hey Leute, sehr schön, wir starten heute zu einem neuen Video. Und zwar reden wir heute über das Spiel Forza Horizon 5. Und zwar kommt Forza Horizon 5 für die Xbox raus, für die Xbox One und Xbox Series X und S. Und auch, glaube ich, für den PC. Und darüber reden wir heute. Genau Leute, ich freue mich auf jeden Fall schon mal sehr auf das Spiel Forza Horizon 5. Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen bin ich mal gespannt, was für neue Autos drin sind. Und genau darum geht es heute. Und zwar, was wünsche ich mir für Autos in Forza Horizon 5, Leute? Und schreibt auch gerne mal unten in die Kommentare, was wünscht ihr euch für Forza Horizon 5? Also welche Autos wünscht ihr euch? Genau, ich werde die Autos jetzt gleich nennen. Ich werde es auch nicht auf den Zettel schreiben, ich werde es einfach so sagen im Video. Und ja Leute, wenn euch dieses Video gefällt, lasst gerne ein Like da, abonnieren und die Glocke aktivieren. Würde mich an der Stelle mega freuen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, das würde mich auch für die Unterstützung sehr, sehr krass freuen. Und ich würde sagen, wir starten. Let's go! Ah Leute, ich würde sagen, wir machen nur ein bisschen Licht in den Raum, damit wir es ein bisschen schöner haben. Und ich würde sagen, let's go! Genau Leute, wir erleuchten jetzt den Raum. Let's go! Wir müssen aber an die Sensoren dran, weil ansonsten passiert hier gar nichts. Let's go! Ich würde sagen, wir machen sogar ein bisschen Wechsellicht rein. Ist immer ein bisschen schnell, ich muss noch gerade überlegen, wo das ist. Okay, wunderbar Leute! Genau Leute, ich würde sagen, jetzt kommen wir endlich zum Video. Ein bisschen Licht ist drin, man sieht es mal jetzt nicht viel. Egal, lassen wir so. Genau Leute, ich habe nämlich Gedanken gemacht, was würde ich mir im Spiel Forza Horizon 5 für Autos wünschen. An der Stelle muss ich euch noch sagen, das ist nur Wünsche von mir. Das sind keine offiziellen Angaben von Forza Horizon oder so. Das ist alles von mir, wo ich mir ausgedacht habe, was geil wäre, was ich mir im Spiel wünschen würde, Leute. Deswegen, das sind keine Angaben, die das preisgegeben haben. Das ist einfach nur meine Wünsche und wir sind mal gespannt, ob einer von denen drin ist. Ich denke auf jeden Fall, aber wir werden das dann sehen. Ich habe es hier auf meine Zettel geschrieben, Leute, und ich würde sagen, wir starten. Als erstes würde ich mir den Ford Explorer ST-Line wünschen, Leute. Absolut geiles Auto, das ist so ein SUV. Ich bin nämlich Ford-Fan, das wissen vielleicht manche von euch. Dann würde ich mir den Ford Focus RS von 2016 und 2010 wünschen. Das wäre mega krass. Gab es zwar auch schon den Forza Horizon 4, würde ich mir aber noch meinen Forza Horizon 5 wünschen. Dann den aktuellen Ford Focus ST 2020er oder 2021er. Wäre auf jeden Fall mega geil von den zwei, das sind ja dieselben. Ford Mustang GT und den Shelby GT würde ich mir an der Stelle auch sehr, sehr gerne wünschen im Spiel. Dann auch einmal noch den Ford GT. Ein super Sport von Ford. Dann kommen wir zu Mercedes, Leute. Mercedes zweitgeblings Auto-Marke. Würde ich mir gerne den Mercedes G63 AMG wünschen. Die G-Klasse Mercedes S63 AMG Cabrio würde ich mir wünschen, Leute. Dann habe ich noch einmal den Mercedes GLE 63 S AMG. Und noch einmal den Mercedes CLA 440 AMG von 2016. Das wäre die Mercedes, die ich mir nicht immer wieder klar bin. Wenn noch mehr Mercedes herauskommt, klar. Das sind jetzt einfach nur so Wünsche, die ich mir einfach nur so aufgeschrieben habe, Leute. Und es sollen natürlich auch viel mehr Autos rauskommen. Aber das sind jetzt erstmal nur die Wünsche, Leute. Also seid nicht enttäuscht und so, wenn euer Traumauto nicht dabei ist. Schreibt gerne in die Wege, sagt in die Kommentare, was würden die euch wünschen. Was würden die euch wünschen, wie ich bin ich für. Also ich würde mir, wenn vieles drin ist, wäre mega geil, Leute. Aber das sind jetzt halt nur so meine Wünsche, Leute. Und ich mache weiter als drittes Lamborghini, Leute. Also übel geiles Auto. Lamborghini Huracan Evo würde ich mir wünschen, Leute. Als Cabrio oder als Coupé. Also es ist eigentlich egal. Lamborghini Aventador SVJ würde ich mir auch krank wünschen. Dann auch einmal die Lamborghini Urus, Leute. Auch sehr, sehr geiles. Auto. Kommen wir nur zum nächsten. Das wäre einmal der Peugeot 206. Den würde ich mir auch sehr, sehr krass wünschen, Leute. Wäre auch ein kürzes Auto. Dann haben wir auch einmal den Volvo XC90. Mega geiles Auto. Dann habe ich nochmal den Audi RS Q8. Geiler SUV. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann auf einmal den Audi RS 6. Und den Audi RS 8 Cabrio. Das wären... Ah, diese Autos, die wären einfach mega geil, Leute. Also das wäre einfach... Boah. Richtig krass. So, dann habe ich noch einmal den BMW M4, BMW M8 und den Hyundai i30. End, Leute. Das sind so die Autos, die mir gefallen würden im Spiel. Genau, Leute. Das war es auch schon von den Autos. Also das würde ich mir alles so wünschen. Das wären einfach so diese Top-Autos, die ich mir wünschen würde. Klar, es wäre natürlich geil, wenn noch mehr Autos rauskommen würden. Denke ich auf jeden Fall schon. Da werden auf jeden Fall Haufen Autos rauskommen. Bei Forza Horizon 4 sind ja übel krank viele geile Autos rausgekommen, wo ich mega gefeiert habe. Und ich hoffe, dass das bei Forza Horizon 5 auch der Fall ist, Leute. Ich denke schon. Und ja, wie gesagt, schreibt euer Auto mal unten in die Kommentare oder ein paar Autos, was ihr euch wünschen würdet. Das sind so die Autos, wie gesagt, die ich mir wünschen würde. Genau, Leute. Also klar, wie gesagt, wenn mehr Autos draußen, also noch andere Autos draußen sind von den Automarken, umso besser, Leute. Da würde ich mich auch drüber freuen. Also jetzt nicht denken, das sind jetzt nur die Autos, die mir jetzt so zusagen würden. Wenn noch andere Autos draußen sind, das sagt mir genauso gut auch zu. Aber das sind so halt diese Top-Autos, die ich mir jetzt, die ich mir im Spiel auf jeden Fall wünschen würde. An der Stelle würde ich dieses heutige Video dann aber auch beenden, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Like da, abonnieren, die Glocke aktivieren. Folgt mich auch gerne auf Instagram. Würde mich sehr, sehr krass für die Unterstützung freuen. An der Stelle, hoffentlich hat es euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein, Leute.